Die 3B zeigt jetzt die Fabel der Löwe und die Maus des Dichtes Esop. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Starker Löwe, verschone mich. Ich bin noch zu jung zum Sterben. Wenn du mich freilässt, werde ich dir einmal helfen. Ruf mich nur, wenn du etwas brauchst. Du Zwerg willst mir helfen? Ich bin doch viel, viel stärker und größer als du. Hilfe! 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 Keine Angst, ich helfe dir. Ja, aber kannst du das denn? Aber natürlich, ich habe spitze kleine Mäusezähne. Danke, dass du mir geholfen hast. Wie kann ich das jemals wieder gut machen? Vergiss nicht, du hast mir das Leben geschenkt. Auf Wiedersehen, großer König der Tiere. Wenn du mal wieder was brauchst, ruf mich nur. Das mache ich sicher. Goodbye, kleine mächtige Maus. Ich bin noch zufrieden. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020